Und die anderen! Hey, 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 hey! Mastasch, schneller! Hol Rambo! Hol Rambo! Und stopp! Hol. Äh, Rambo. Willst du die Stücke? Nee. Was ist los? Was ist los? Und sitzt nicht da hier. Nee, 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 hierher. Festhalten. Maroline. Auf drei ziehen, okay? Eins, zwei, drei und zieh. Und zieh. Okay, stopp. Das muss. Rambo, hat sie gut mitgearbeitet? Ja, sehr wenig. Okay. Guck mal, da hat sie schon die Aufkampf. 15 Meter Saal. Und das Saal muss ich so schön drüberhängen, ne? Du arbeitest und du machst das, was man immer macht. Das verlieren. Okay. Okay. One, two, three, and pull. And pull. And pull. And pull. And pull. Okay. Go. Aber komm her an. Quick, quick, quick. Wollte ich nicht sagen. Aber der will nicht nicht schleißer. Ja. Okay. Das ist für dich, ne? Das ist für dich, ne? Das ist für das Saal. Ja. Ja. Das ist schön drüberwinkt, ne? Das ist die Wörter, die Kontrolle. Macht das richtig? Macht das gut? Okay, perfekt. Gott, leid, wer ist es gut? Okay. Team 1. Seil losmachen und gut festhalten. So, jetzt kommt das Wichtigste. Wir müssen diesen Torn austervieren. Das heißt, wir müssen exakt, präzise und synchron meinen Befehl ausführen. Alles klar? Bereit? Bereit? Eins, zwei, drei, und loslassen. Loslassen. Das war nur ein Spaß. Applaus, du dir, Erwachsene. Applaus. Geht einfach weg. Applaus. 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 Sollte